Und uns fehlen noch Sachen, okay. Veteranenmodus ist eingestellt und Gebel ist ein Chained. Lalalalalala, ich gehe jetzt zurück und hole mir Items wunderbar. Wir fangen vorne an. Das ist einfach, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich hier im Schnellmodus durchlaufen soll oder sowas, aber ich werde jetzt einfach mal hier durchpesen. Ich glaube, gerade bei Level Nummer 1 haben wir auf dem normalen Weg, glaube ich, was. Deswegen gehe ich einfach mal hier lang. Ich muss es jetzt erstmal austesten. Ansonsten, ich weiß gerade gar nicht, ob ich in der letzten Folge dazu was stirbt, ob ich dazu irgendwas gesagt habe. Und zwar, der liebe The Zero hatte mir mitgeteilt, dass es einfach nur ein Zufall, haha, auf den Arsch, dass es einfach nur Zufall ist, welcher Charakter in welchen Level geht. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch Zufall ist, welche Bonus-Items in diesen Leveln stehen. Moment. Also, ob die Power-Ups, nenne ich es jetzt mal, ob die auch so aufgeteilt werden oder anders aufgeteilt werden. Was ist da drin? Da ist Dings. Ja, komm. Ah, es ist der Hochsprung. Den brauche ich nie wieder. Außer jetzt. Weil ich es kann. Nimm dies. Ich umgehe dich einfach. Ach, ich bin die Umgärin, die Emanzipatoren. So, ich lasse mir einfach da alt stehen. Äh, was haben wir hier? Ah, komm. Nein, das ist meine Wiederbeleberung. Ich werde jetzt schalau sein. Ich bin ganz schalau. Haha. Schalmei in Schalau. Bringe ich euch... Nein. Nein. So, noch schlauer. Ja, komm hier. Mitten in den Schritt rein. So, der Marta-Pfarr. Da kommt das Martern auch hier. Oh, hier haben wir es drin. Waren wir hier schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Kann ich hier... Haha. Oh, ich love it. Ein... Das laufe ich nicht. Das ist... Oh Gott. Ich habe noch nicht meine Rüstung. Sche... Boah. Haha. Ich muss mich nicht mal ducken für euch. Äh, was haben wir denn hier? Das ist, äh, für den Robert. Wobei, Robert ist jetzt meiner weniger... Relativ... Scheiß drauf. Äh, sag ich. Ah ja, ah ja, ah ja. Ah ja. Oh, scheiße. Das ist mir über den Kopf gelaufen. Ähm. Ich mache das jetzt... Okay, okay. Okay, wir nehmen wieder die langreichweitige. Äh, da können wir auch ein bisschen... Gab es hier irgendein cooles Item? Was könnte ich denn mitnehmen noch? Was... Was gut wäre. Du hast die super Sache. Du... Ah ja. Wobei, ich brauche mich da. Entweder die Unverwundbarkeit oder Mr. Gable, ne? Röte. Haha. What? What? Okay. Gut, dass wir dabei nicht draufgegangen sind. Ich bin so scheiße manchmal. Du Ratte. So, Moment. Ich möchte mehr mehr mit Miriam machen. Gut. Äh, was... Was können wir denn jetzt einsammeln? Oder was haben wir denn da? Also wir haben hier noch hier... Ja, wir haben noch hier... Wer kann das gebrauchen? Ja, aber kommen wir mal... Wir nehmen mal dich. Und jetzt müssen wir uns wieder aufpumpern. Genau. Und du stirbst, weil ich gut bin. Ha! Oh nein! Haha! Anfängerwurst. Au! What? Äh... Na, Moment. Ich muss hier richtige Männer nehmen. Äh... Ach Gott, ist das eine Scheiße. Äh... Verdammt! Aha! Kopfschuss! Headshot! Oliolais! Super Sache! Kopfschuss! Triff! Na gut. Das darf doch nicht wahr sein! Das haben die sich so ausgedacht! Äh, Moment. Äh, ich kann das hier machen. Moment. Warum kompliziert, wenn es auch so wahnsinnig einfach ist? So, weg mit euch Säulen. Ähm... Da oben muss was Geiles drin sein. Aber hier ist bestimmt auch was Geiles drin. Was haben wir denn hier zum Geil drin sein? Das ist zum Geil drin sein. So. Komme ich da mit dem... Ja! Ja! Lutsch das aus! Gut, gut, gut. Ich weiß doch nicht, ob ich den alten Mann hole, weil den alten Mann, das hat mir... Ach so, genau. Das wollte ich genau gesagt haben. The Zero. Ah ja, die Leute... Das habe ich, glaube ich, jetzt doch schon gesagt. Die Leute kommen... Äh! Ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Oh-la-la! Fuck. Nein! Ja! Fuck! Äh! 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 Weg hier! Nein! Äh! Gott! Gott! Gott bewahre! Gott bewahre! Meine Güte! Oh Gott! Ich kann gerade nicht... Ah! Da haben wir wieder Sackgesichter. Oh! Moment, wir machen es easy. Ha-ha-ha! Okay, noch mehr Bumskraft. Wer hätte das gedacht, dass ich dir über... Wo ist denn meine Rüstung? Kriegen wir ja keine Rüstung mehr. Das ist ja abartig. Nein, das ist noch abartiger. Äh, ich glaube, jetzt könnte ich theoretisch das Level auch wieder verlassen, ne? Und... Ah-ha! Oh! Ja, klar. Schießt du sauer. Rütt, 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 rütt. Und... Nein! Nein! Ja, 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 genau da kommen wir her. Will ich den Boss nochmal? Ich glaube, das ist gar nicht notwendig, ne? Wir können hier einfach aus dem... Aus dem Level raus. Ne? Und dann nehme ich das hier noch mit, weil ich gut bin. So. Und dann, äh, gehen wir auf Stage Select und auf Yes. Und, ähm, wenn das jetzt nicht geklappt... Habe ich das Ding jetzt? Ich glaube... Moment, wir gehen... Achso, ich muss ja erstmal hier wieder rein. Ah, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ähm, ja. Also den alten Mann, den brauche ich noch. Hat mir jetzt auch jemand, äh... Weniger verraten. Na ja, komm, gehen wir erstmal hier. Dann weiß ich sogar noch, wo wir lang müssen. Das hat mir jetzt auch jemand verraten. Ähm, auch der The Zero. Dass ich an einer bestimmten Stelle, die mir ja gar nicht aufgefallen ist, muss man sich dazu sagen. Jetzt, äh, äh, weg mit dir. Dass ich an einer Stelle, äh, die Eiskraft des alten Mannes brauche. Albert, oder wie er heißt. Und das weiß ich jetzt. Das ist gut, sonst hätte ich... Ernsthaft. Moment, Moment, Moment. Fuck. Ach, scheiße. Warte, 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 ich will wissen, was drin ist. Ich glaube... Ui, knapp. Ich habe noch nie... Äh, reingeguckt. Ah, okay. Es sind halt Punkte. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel so ein bisschen weniger Extra-Leben kennt. Ha, ha, ha. Das reicht jetzt aber, genau. Das ist ja auch. Ah, wenn das mal nicht das ist, was ich gesucht habe. Moment, hochspringen. Ich drücke den Knopf. Toll, und ich brauche es noch nicht mal. Oh, komm, nehmen wir die Kraft hier. So, ich brauche es noch nicht mal. Was habe ich für ein Augenmaß? Ja, komm her. Oh, er ist beinahe da reingefallen, ist klar. Ah, stimmt, ich verwundere mich die ganze Zeit, weswegen ich hier mit zwei Angriffen zu Porto komme. War ich hier schon mal? Keine Ahnung. Ich kann jetzt gerade... Scheiße, da bin ich doch der Sniper Joe. Ja, klar, jetzt kommst du da raus, ist klar. So ein Arsch. Scheißdreck, sind das Kackkröten? Haha. Au, extra Leben. Was zum Henker ist da oben wohl drin? Nein! Überraschungseil-Gehirn. Was zum Henker? Ja. Wir gucken uns das mal an. Hier. Upp. Gib, gib. Äh. Noch mehr Wumskraft, was will ich mit dem ganzen Scheißzeug? Ich möchte mal Überlebenskräfte stärken. Danke, Spiel. Danke. Aber wir gucken uns den Rest vom Level jetzt auch nochmal ein bisschen an. Oh. Oh, ist das eine Freude. Ich suche mir immer zuerst die Kacke raus, die mir nichts bringt. Also, nicht in dem Maße, wenn ich es jetzt geil finden würde, wo mir einer stramm geht. Nein, natürlich nicht. Wozu denn auch? Ich möchte nur wissen, wo wir jetzt hier auskommen. Äh. Haha, ich schütze mich von oben. Äh, von unten nach oben. Oder so ähnlich. Ich habe das Gefühl, hier schon mal gewesen zu sein. Aber. Uah. So, das einer geht nach oben. Das einer kommt von unten. Danke, Spiel. Danke. Okay. Ich kann doch nicht mal gescheit springen hier. Hier, stirb. Und du fällst genau da rein. Gut. Okay. Was ist das? Äh. Los, drufftata, drufftata. Genau. Das sagt die Mutter. Ist da irgendwas drin? Nein. Ist immer hier drin. Toll. Hahaha. Äh. Dafür brauche ich nur dich. Oh, das war doch durchaus ein bisschen knöpplich. Ich wusste gar nicht, dass diese Penner hier sind. Sind das eigentlich die leichteren oder die schwereren Penner? Vor dem Penner her. Oh. Da kommt bestimmt noch einer. Ah, Überlebenskraft ist gesichert. Wobei, wenn wir uns noch mehr sichern, dann sichere ich mal, was da ist. Okay. Dann eben nicht. Wo kommt ihr raus, ihr Stricher? Wo kommt der Nächste? Oh. Dö, 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 dö. Schnell wieder den starken Mann hier. Der ja noch ein paar Lebenspunkte übrig hat. So, du hast noch mehr Lebenspunkte übrig. Dann töte ich jetzt mit dir. Blut, willst du sehen? Blut! Das steht in deinem Handelsvertrag hier drin. Arbeitsvertrag. So, und wir sind, glaube ich, hier fertig. Dann haben wir das Level jetzt hier auch schön komplett gesehen. Genau, wunderschön. Wir gehen zurück in die Stage-Selecte. Nicht in die Stage-Sekte. Und gucken uns Level Nummer 3 an. Was war das hier noch? Achso, das war das mit dem Zug. Tschut, tschut. Ja, das war das Zugteil, gell? Oder brauche ich... Moment. Hm. Hm. Nein! So viel Ohr ist so gut. Der Ohr ist so wahnsinnig gut. Oh, er ist so gut. Er ist so wahnsinnig gut. Was mache ich denn jetzt? Ich bin so ein Trottel. Ich sage dir, ich denke hier gerade eben auch, ja, das ist die Stelle, wo ich hier mit Hachi die Abkürzung gehen kann. Aber nein! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Stirb! Wozu ist das Zeug da oben? Toll! Zweigleisige Kacke. Ähm. Ich kann hochsprungen, das ist doch schon mal was. Aber wie kommen wir jetzt da oben am Bissen? Da brauche ich hier das Eis, Eis, Baby. Nein, das brauche ich, glaube ich, nicht. Moment. Ha ha! Von wegen! Ich brauche kein Eis noch. Nur meine agile Leute. Oh Gott. Ja, ich wehne dich. Ja, bist du zu mir. Das hier jetzt extra super stark oder sowas. Nein, die können einfach nur nach hinten gehen. Was mal so sinnvoll ist, wenn sie nicht viel Weg zum nach hinten gehen haben. Da komme ich einfach drüber. Wozu ist das da da? Das will ich jetzt wissen. Döp. Döp. Nicht zu weit. Nein, hier darf ich nicht. Ich darf nur hier runter. Da darf ich nicht runter, sonst sterben wir. Das ist nämlich sehr schlau gemacht. Toll. Toll. Ja, ich, ich gehe. Toll. Wie auch will ich jetzt eigentlich noch toll sagen? Toll! Ich denke, oh, ich mache es mir jetzt einfach. Ich nehme den, der schweben kann. Hier muss ich schnell. Oh nein, Kampfschweine. Hier, ich nehme. Ich nehme das hier. Das nehme ich auch. Bitte nicht zu weit. Ich nehme Gebel hier. Der, der kann. So. Ich, ich, ich muss aber aufpassen. Oh Gott, ich muss nicht schnell sein. Es ist mir ja... So, du fliegst jetzt schön weit weg, ne? Schön weit weg fliegen. Genau. Wir springen hoch. Wir springen weit. Ähm. Okay. Ha! Ja, aber das war eben ein anderer Raum, wo wir langgekommen sind. Wir sind gut. Ich hoffe nur, ich brauche Hachi jetzt nicht, um an die, äh... Danke, Spiel. Spiel, du bist so gut zu mir. Ich liebe dich spielen. Danke, danke, du bist so gut zu mir. Yeah, ich bin wieder da. Scheiße. Ich bin wieder weg. So, ich muss nach oben. Mich verwandeln und dann nochmal nach oben. Okay, okay. Ich brauche hier kein Eis, sondern nur Flugkraft. Sehr schön, sehr schön. Okay. Jetzt hoffen wir, dass es der richtige Weg ist, um die Kraft einzusammeln. So, du bist so ziemlich im Arsch. Guck mal, was hier drin ist. Oh ja, komm. Ha! Lord, ich stehe dich ab, Alter. Ja. Oh, Bluetooth. Die heilige Bluetooth-Frau. Oh, wie komme ich da hin? Ah, so. Da ist dann die... Wiederbelebung. Nein, du bist die falsche Frau. Nehmen wir dich. Wundervoll. Wirklich wundervoll? Ah! Stimmt. Hier oben war was. Ich glaube, hier bin ich noch nie lang gegangen, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Och, ne. Wobei, mit dir geht das so einigermaßen hier. Scheiße hier. Haha, du kommst nie wieder hier hoch, du Arsch. So. Toll. Das hat mir jetzt viel gebracht. Yes! Yes! Oh, Baby. Das hat mir so viel gebracht hier. Wo ist der, die Scheiße? Scheißdreck. 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 Ich finde das Zeug nicht. Oh. Weg damit. Sehr gut. Zeug eins. Ah! Sammeln. Moment. Nein, Moment. Das bist du. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich steche mich ab. So. Wundervoll. Behe, du schießt jetzt. Schnell. Schnell. Ja. Das da ist, glaube ich, äh, todbringend. Da unten hin zu fallen. Da unten hin zu fallen. Rüber, aber ich... Rüber, aber ich... Rüber, aber ich... Die richtige. Ja, wie viele Knöpfe kann ich maximal... Kann ich maximal drücken, damit ich dann doch nicht den richtigen Charakter finde? Oh Gott. Ja. Okay. Also, wenn das jetzt hier immer noch nicht der Schatz ist, dann weiß ich auch... Dann muss ich zur Royal Orbit Hall oder so. Ach, toll, dass ich mich kriege. Das ist natürlich alles hier nicht eingesammelt. Ich glaube es nicht. Ah. Yay. Endlich. Endlich. Komme ich hier oben überhaupt hin? Na, locker. Hätte ich das auch ohne Gebel einsammeln können? Oh, ich nehme die Achse nochmal. Was macht die? Oh, achso. Das macht das so viel Schaden. Okay. Wundervoll. Yes. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Lass mal das Eisdorf. Oh Gott. Noch zwei... Ah ja, noch eins einsammeln. Dann brauche ich... Dafür brauche ich den Eisbärt. Und hierfür brauche ich... Andere Dinge. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Ich habe nach unten... Ich habe eiskalt nach unten gedrückt. Ich habe es eiskalt... ...gemacht. Oh Gott. Oh. Hahaha. Oh. Das war... Hahaha. Oh. Ja. Ja. Oh. Mir geht eine ab. Oh. Das war der reine Zufall gerade. Man, das war eiskalt geplant. Ich sage, das ist nicht absichtlich hier die ganze Zeit mit eiskalt und so. Das ist einfach nur kühle Absicht. Das war jetzt absichtlich. Ja. Komm, komm, komm ruhig her. Ich kann fliegen. Das muss nur schweben. Also fliegen. Was ist die Definition von fliegen? In der Luft? Mann, bist du dunkel. Macht ihr andere Dinge als die hellen? Ah ja. Ihr seid potenter, weil ihr ganz schön viel rausdrücken könnt. Ich bin so ein Trottel. Wetten, ich brauche den wieder an der anderen Stelle. Haha. Okay. Wie Mario Gegner, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Ja, einfach, einfach weitergehen. Nicht die Viechers kaputt halten. Aber ich kann, oh, ich kann mich wiederbeleben. Ich kann mich wiederbeleben. Ich kann mich wiederbeleben. Kann man hier mit Albert irgendwas, irgendwas machen? Oh, 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 oh. Ich hoffe, das war es jetzt. Oder ist das hier? Okay, wir haben eine Treppe, die nach unten führt. So, du, das führt dich jetzt. Ein Knochendrache. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Es ist ein... Scheiß. Warum ist ein Feuerknochendrache in der Eiswelt? Meine Herren. Egal, aber ich freue mich gerade sehr. Nicht, dass ich hier runterfalle, meine ich. Ich hätte gedacht, ohne Albert komme ich hier vielleicht nicht weiter. Aber das... Der Sprung, Mensch. Hund. Das ist die Frage. Also hier war ich, glaube ich, auf... Toll, ich komme noch nicht... Warum kann ich durch einen bereits aufstehenden Eingang, durch den ich gerade reingegangen bin, nicht mehr rausgehen? Das ist doch Schwachmato. Oh ja. Ha, ha, ha. Der, der, der macht den Mario. Und du bist Blatt und dem Jenseits. Und dabei stirbst du nochmal. So. Na, komm her. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh, oh. Meine Güte, sind das viele Gebiete-Teile hier. Also der Knochenmann sagt mir, ich soll nach oben... Ernsthaft? Ich wollte schon sagen. Ach so. Die Säulen der Macht hindern mich auch noch. Okay. Akzeptiert. Kommt hier noch so ein Penner? Nein. Wer hat hier leben gelassen? Du. Also kriegst... Nimm es schon. Mann, der hat so einen riesigen Sprite. Und was ist? Oh, er muss genau im Zentrum ankommen, der Pixel. Okay. Ja, klar. Leck mich. Ah, ja, kommt die Macht... Oh, rechtzeitig. Das ist mir jetzt egal. So, ich habe hier Kraft, Macht. Macht das aus. Danke schön, wir wollen ja nicht zu viel Strom verschwenden. Das ist die Frage, geht's da... Toll, was... What the fuck ist das denn hier? Oh! Fieses Level-Design, sieht man das. Okay. Bin ich hier in der Söhne noch sicher oder nicht? Schnell rüber. Schnell. Schnell. Und hier warten, nehme ich an. Ja, Moment. Das sollte ja funktionieren hier. Ja, das ist die perfekte Welle. Ach so, toll. Ich habe mich nicht gesehen, Frau... Äh, Frau... Werte Frau Nachbarin. So, die Kette machen wir blasen dir das Licht aus. Das stimmt sogar. Oh. Wehe, wehe, du spuckst deine Scheiße jetzt runter. Wunderbar. Will ich das noch haben? Das ist die Frage. Warum er trinkt hier eigentlich... Ach, sorry, wasserleichen oder sowas hier. Hört ihr auch mal aufzuspiffen. Ja, genau. Gib mir nur ein winziges Bissle von der Lebenskraft da. So, jetzt hoffe ich, dass sich das gelohnt hat hier. Kenn ich... Hm. Also, der Fingerzeig zeigt nach... Ich dachte schon, jetzt kommt hier was Fieses. Der Fingerzeig zeigt nach... Ja, wie machen wir das denn? Äh... Also. Hä? Da... Ich verstehe nicht. Ich nicht verstehen. Funktioniert denn das? Kann ich hier... Also, ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber... Ich hab's hingekriegt. Yes. Es ist nur die Frage, ist das hier richtig? Äh... Yay, herabfallende Eiszöpfel. Zipfel. So, Bumskraft aufladen. Und... Sich dran lecken lassen hier. Gut. Hä? How the fuck do I get there? Was? Nein! 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 Hä? Toll. Wie zum... Henkers... Scheiße. Hä? Mit dem Hochsprung oder sowas? Aber ich hätte vorher wiederbeleben sollen. Okay, damit kann ich Sachen... Machen. Hm. Hm-hm-hm. Nein. 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 Nein! Nein! Boah, ist das eine Scheiße hier gerade. Wo war denn da eigentlich der letzte Dingsbums? Ähm... Ähm... Ah, okay. Wow. Okay, wir haben hier zumindest ein... Toll, meine... Meine Mannschaft ist im Arsch. Halbwegs. Oh nein. Jetzt hoffe ich inständig. Natürlich musst du gerade unverwundbar sein. Meine Güte. Oh, du bist weg. Egal. Okay, 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 okay. Okay, noch... Wieso? Okay, der ist weg. Boah. Holy moly. Also das hier ist ja nochmal echt noch... Auch mal was anderes. Okay, da ist es. Da ist es. Yes. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier noch irgendwie überlebe. Ja, wirf deine Scheiße. Wirf sie. Ich schieße dich platt! Dumm Sau! Gut. Ähm... Und ich habe genau die richtigen Leute. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Jetzt fehlt mir noch ein Lebensupgrade und das Rüstungsteil, glaube ich. Und dann sind wir zufrieden. Dann sind wir zufrieden, Leute! Ich glaube, ab hier ist dann gibt es ja auch nicht mehr viel Neues. Genau, hier waren wir schon mal. Halleluja! War das ein Level hier. Okay. Stage Select. Yes. So. Wir... Ich will mir jetzt nochmal kurz einen Überblick verschaffen. Also, wir haben jetzt in den niederen Stages sämtliche Items eingesammelt. Hierfür brauche ich dann wohl den Albert. Wegen der Eiskraft. Das heißt, beim nächsten Mal machen wir diesen Level und schauen nochmal nach, ob wir dann das andere Teil kriegen. So, das war jetzt eine recht lange Aufnahme. Das muss ich noch zusammenschneiden. War nicht viel Erhellendes, glaube ich, dabei. Aber was soll's. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.